Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf dem Kanal von mir. Ja, ein neues Pyro-Video heute am 3. Advent für euch. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich habe hier Dummbum und Sharkies. Also ich nenne die mal Sharkies. Das sind Sharks mit farbigen Vorbrenner. Und diese hier sind die Dummbums wahnsinnig beliebt. 5 Gramm jeweils. Diese sind ohne Vorbrenner. Hat man nur einen schönen, heftigen Knall. Da seht ihr auch Videos von mir bezüglich meiner ganzen Projekte, Experimente, die ich so durchführe nach und nach. Und ja, könnt ihr dann einfach mal durchschauen auf meinem Kanal. Es gibt auch noch Crazy Robots. Die sind dem einen oder anderen auch noch bekannt. Sind auch 5 Gramm Böller. Und die haben einen roten Vorbrenner. Die Crazy Robots, die habe ich nur leider nicht für euch zum Zeigen. Aber vielleicht demnächst mal. Mal gucken. Ihr dürft gespannt sein. Ja, das war es auch schon. Ich empfehle euch die. Und ja, Videos folgen sowieso um Silvester und an Silvester. Ich schaue, wie ich mit dem Hochladen zurechtkomme und hinterherkomme, weil das ja auch immer mit Zeit verbunden ist. Ja, ich bedanke mich fürs Schauen, ihr Lieben. Und hoffe bis bald. Bleibt mir treu. Tschüss.